Leute, seid ihr gut drauf? Ich auch! Denn heute, Leute, spielen wir der zufällige Open Lucky Block! Wir haben einen Dispenser, holen da einen Lucky Block aus und dann müssen wir den Race nehmen! Ja, Leute, let's go! Okay, Alter, bist du bereit? Bereit! Drück, drück den Knopf, welchen Lucky Block kriegst du? Bitte den Shade! Drück, drück, drück! Was passiert dann? Ja, ich hab schon erklärt, mach, drück! Was geht? Lol! War ein bisschen dumm, drück! Hä? Achso! Nein! Was geht? Warum? Und ich? Nein! Femmes Lucky Block! Okay, wir sind Nachbarn! Warte, Game, we'll keep it in Tobi! Ihr habt! Bereit! Ah, den muss ich wegschmeißen, den muss ich wegschmeißen! Und let's go! Slushy, okay! Wir müssen echt auffassen! Nein! Zieh die Rüstung aus! Hab ich gemacht! Ich hab doch Kiefer mit Tobi angemacht! Hä, warum ist mein Inter weg? Oh, ich hab's doch! Okay, weiter, komm! Wir haben jetzt 10 Lucky Blöcke und dann kriegen wir das nächste Inter! Warum ist mein Inter? Schön, Apple! Ja, Mann! Du hast schon gewonnen, Game Over! Oha, was ist hier? Oh, Silvogen! Ja! Ey, Ente, hör auf! Du schubbelst doch! Das ist zu gut gerade, zu gut! Das ist nicht wahr! Schimmel kill Antidote! Okay, was krieg ich hier jetzt? Die haben Löcke! Ach, komm, weiter, 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 weiter! Oha, das kann ich im Kampf benutzen! Und... Was denn? Den Becks Orb! Guck mal! Nein, du darfst nicht mehr weiter aufmachen! Nein, nein, nein! Was? Guck, wir müssen wieder einen neuen zufälligen Lucky Block auswählen! Tu die Shade-Sachen zurück, ja! Nein, also! Doch, weg, zurück! Echt jetzt? Ja! Nein, Junge! Ich hab Lucky Block meistens bekommen! Oh Mann, jetzt muss ich alles wegwerfen! Junge, weiß das, was ich bekommen hab! Einfach Shade-Material! Ja, jetzt öffne die Dispenser, was kriegst du? Bitte, Shade, bitte, Shade, bitte, Shade! Ja, kein Shade! Juno! Juno ist auch übel OP! Guck mal, kennst du den hier? Kennst du das Gesicht? Hä? Hey, meine Rabauke! Hey, meine Rabauke! Was geht? Gib das hier! Gib! Das ist OP, gib! Ich will das behalten, das sieht gut aus! Äh, gib! Au! Ja, okay, okay, ich gib's dir, beruhig dich! So, Leute, guck, ihr seht es, man kriegt die krasse Effekte, Ehren-Mind-Bangs, danke! Weiter! Haben wir das geschenkt, dann kriegt man diese Cookie, äh, äh, Skin! Ey, komm, Alter, hier ein Bild ab! Toll, meine ganzen Herzen, ich seh gar nichts mehr von Herzen! Ich wollt' dies lange ausziehen, weil die greift uns eh nicht an! Und was krieg ich? Mein Möbel! Oh, äh, Einwohlenblöcke, aber die brauch ich jetzt nicht! Oha! Oha, diese Legendary Laserwaffe! Was? Wie heißt das? Alien Blaster! Krass! Okay, Weltraumhelm, zieh ich aber noch nicht alles an! Weihnachtsäppel, okay! Noch ein Helm! Weiter, 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 weiter! Hier ist nix! Ein Potion! Ein OP-Potion, nice, mit krassen Effekten! Hier nix! Und ein OP-Bogen! Lol! Und ein Ultimate Massbow! Nicht, hier ist ein Ultimate, bitte nicht! Ist der stärker als der Shapebow? Weiß ich nicht, ich glaub' nicht! Herr, guck mal! Es verfärbt, eh? Ey, die Textur geht weg bei mir! Ja, die packt voll! Egal, ich mach' weiter! Und zack! Hier hat Shade! Nein! Let's go! Mass! Mass? Ja, ist auch okay! Jetzt krieg ich Shade, bitte! Oha, Shade, Shade, Spade! Du hast verloren! Das war's mit dir, das war's! Oha, Shade, Hose! Was? Warum lachst du so rein? Oh mein Gott, jetzt... Oha, Speed-Schuh, die zieh ich an! Weil dann bin ich hier schnell! Massel! Und dann wächst! Shade-Helm! Ey, ich hab' gleich die ganze Rüstung! Shade-Achse! Das übertreib halt deine Lage! Und Rainbow-Au! Äh, Op! Du bist... Du kriegst voll die Noob-Sachen! Ey, Noob! Das kannst du nur mit deinen Spitzern... Nein! Oh, ich kann fliegen! Ich kann fliegen, zum Glück! Oh mein Gott! Gerade? Okay, bis... Wow, unser Evental wird langsam voll! Ich mache ein bisschen Platz! Yes, brauche ich nicht! Wer braucht hier jetzt? Was brauche ich denn alles davon? Femmes mit T-Wheel? Ha, weiß nicht! Hä? Ach, das ist schon mit T-Wheel... Ey! Das ist dein Block! Das ist dein Block! Du hast gedrückt! Ey, nein, das war dein Block! Du hast gedrückt! Mars! Schon wieder! Nein! Ja, obwohl Mars ist auch okay! Komm, let's go! Let's go! Let's go! Bitte, OP-Drop! Was kriege ich jetzt? Es wird diese Mars-Weltraum-OP-Drop! Komm! Bitte! Oh, 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 oh! Oh! Mars-OP-Sort! Mit 2 Milliarden Infect-Damage oder so! Was? Drei Mal! Das Geschenk, das... Ja, können wir mitnehmen! Wieder die Weihnachts-Apple! Geschenk! Eine Hose! Wo ist die? Ah, wie heißt die? Ich guck! Irgendein Schwert! Wo ist das? Oh! Hä? Ultimate Master und Level 1! Es sieht gleich aus, aber es ist tausendmal stärker, lol! Was? Noch stärker? Ja! Wird es geht? Ja! Und bei dir, du kriegst eine Workbench, lol! Wenn du gleich kein Material hast, du kannst ja was craften! Ja, aber ich hab gar kein Material! Ich hab Femmes Material! Warte, was machen wir damit nochmal? Ich guck! Ha, ha, ha! Nehme ich mal mit! Okay! Bist du bereit? Für nix, Lucky Block! Bereit! Ja! Endlich krieg ich mal den! Ey, du hast den Rücken auch bekommen! Du hast Femmes bekommen! Du hast Femmes bekommen, ja! Und ich hab den Judo, Lucky Block! So schnell brauch ich hier irgendwas nicht! Ja, die Schenke weg, die Blitze brauch ich nicht! Oh, Femmes! Starkes Femmes Material! Ha, ich glaub nicht so gut! Aber nimm es auf jeden Fall mit! Weißt du, wir eventuell nicht... Ah, wir können jetzt mal Rucksäcke mitnehmen, oder? Sind eigentlich! Dann könnten wir viel mehr Items... Oha! Guck mal, was ich für die ein Schwert hab! Na, was? Als Orb? Cheetahsort heißt das! Oha! Oha, hab ich Wage? Okay, ne, ich teste es lieber nicht! Oha, ich hab dieses Femmesort gecraftet! Es ist gut! Wie viel Detect-Damage? Keine Ahnung, das steht da nicht! Ich weiß es nicht! Da steht da keine Zahl! Nein, da steht gar keine Zahl! Nichts! Die soll endlich zeichnen, oder was? Ja, ich check da... Da steht gar nichts! Oh, ich hab nix langs noch aufgemacht! Das darf ich gar nicht! Äh... Ich weck mich schon Brudelwasser! Ja! Ich bin schon zu schnell für dich! Mach mal Hinde, du alte Ente! Ja, ich beeil mich schon! Beruhig dich! Langsame Ente! Oha, über ein Schwert! Was liegt da? Hey, weiß! Junge! Hier, 350 Detect-Damage von der Skipschwert! Obwohl, das braucht er doch auch nicht, oder? Nee, du 70 Detect-Damage! Ich schmeiß da wieder ein bisschen Müll weg! Ciao, Alfa! Der war nicht so gut! Hey, ich... Hey! Ich schmeiß dich gleich weg! Nein! Z4! LOL! Ich hab's auch! Und! Oha! Ich kann gar nicht fliegen! Ich kann auch fliegen! Ja, und endlich lang! Okay! Sollen wir weitermachen? Ja! Drück! Ich wünsche dir viel Glück, Ente! Und! Juno! Oh, ja, der ist gut, der ist gut! Oh, ich hab reingeguckt! Und! Oha, gönnen wir doch einmal Shade! Femmes hab ich bekommen! Let's go! Oh, Femmes Bazooka behalte ich! Mit die Ohren behalte ich! Femmes Hose! Ah, ich hab Shade-Hose! Brauch ich nicht! Ich schmeiß dich also wieder weg! Oh, das Aidsword! Aber brauche ich, glaube ich, nicht! Oh, jetzt tagt mein Minecraft irgendwie! Warum? Weiter geht's! Gar nix! Wow! Oh! Femmes OP Apple behalte ich! Oha! Wie viele Teile bescheuert das? Viel! Aber, wo ist mein starkes Schwert? Hier, das brauche ich auf gar keinen Fall! Oha, was hab ich für die lange Pickaxe! Oha, ich kann ja voll weit abbauen! Heftig! Echt jetzt? Ja! Und hier, wieder den Apple! Aber ein schlechter, oder? Hier ist gleich! Nee, der leuchtet und der nicht! Dann schmeiß ich den und der nicht leuchtet weg! So! Okay, bin fertig! Du! Äh, ja! Okay, ich mach schon mal eins auf! Mas Lucky Block! Maa! Gott! Na! Oh! Glück ab! Was bekomm ich? Shade! Ey, das ist nicht wahr! Oh mein Gott! Ich bin gleich gespannt aufs Battle! Trophäenjäger! Lol! Irgendein krasser Bogen! Okay, der sieht cool aus! Eine Hose! Pokalhose! Ich glaub, ich bin nicht so stark! Sieht nicht so stark aus! Der sieht schwach aus! Oh! Nein, was hast du? Shadehose! Kick mit T-Wheel! Shadehose hab ich auch! Kein Problem für mich! Lucky Bow ist für Noobs! Was ist hier? Kampfrichter mit T-Wheel! Ich hab gehört, das will gut sein! Aber wir lassen es jetzt weg! Weil wir sind gleich schon am Ziel! Oh! Lol! Ich hab einen Bundespokal! Äh, 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 äh! Deutsch! Ich hab einen Bundespokal bekommen! Guck mal! Einfach einen Pokal! Kann ich damit irgendwas machen? Gab nicht, oder? Guck dir das an! Hehe! Einfach ein echter Pokal! Lol! Pokal, Alter! Ich hab gewonnen, Mann! Nein, doch nicht! Ich hab einen Pokal bekommen! Wer gewinnt, der bekommt das Pokal, okay? Äh, den Pokal? Äh, mein Deutsch! Ja, okay, komm! Wir equipen uns mit unseren OP-sten Items! So! Oh, soll ich die Schildrüstung wirklich anziehen? Oder soll ich den Femms? Nee! Komm! Oh mein Gott! Ich hab Gift! Hehe, tu mir leid! Hör auf! Du kannst deine Rüstung auch anziehen! Ich glaube, es wird... Ich hab meine Rüstung schon aber nicht, ich hab Gift! Hehe! Oh! Ich box dich! Noch nicht, noch nicht! Ich trink erst mal alle Potions! So, weg damit! Spawn Point! Oha! Ich hab richtig, wie deine Rüstung kaputt geht! Hehe, krass! Hey, jetzt komm! Greif an! Warte noch nicht! Trenn ganz! Okay, bist du bereit? Bereit! Let's go! Loil! Hä? Ich hab dich gekillt! Was? Meine Rüstung ist kaputt! Komm her! Was? Mein Inventar vertauscht sich! Ich hab Godmode! Du hast Godmode? Ja! Aber ich hab dich grad gekillt! Loil, wie schnell das ging! Ich wusste nicht, dass Trinkers one-hit sind! Trinkers! Das war, glaube ich, wie Galaxy-Guts! Loil! Joil, viel zu krass! Alter! War ein bisschen wackelt! Ja, weil ich dich grad hitze! Glaube ich! Wer auch so! Loil! Was passiert? Oha! Ey, was, was krass ist? Was? Ah, das ist so laut! Ich weiß! Ey! Dieses Wackeln vom Godmode ist einfach weg! Ja, weil das Hörerad leckt! Oh, jetzt nicht mehr! Okay, Leute! Das war's mit dem... Okay, das Battle war nicht so nice! Wo ist das Pokal? Wo ist der Pokal? Der ist verbrannt! Ente! Warum? Au! Egal, Leute! Ey! Das war's mit dem Video! Und das ist, glaube ich, dass ihr gefallen habt! Schöpfe! Und dann vorbei! Auf Wiedersehen! Tschüss! Ciao!